Mein Name ist Antonio und wir suchen Poliere. Hallo, ich bin Adrian und wir suchen Mauer. Hallo, mein Name ist Lottmar Benzmüller. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Benzmüller Bau GmbH. Wir sind seit ca. 25 Jahren auf dem Markt tätig im Bereich Hochtiefbau, Abriss und Außenanlagen. Unser Firmensitz ist in Ockfen und unser Bauhof ist in Saarburg. Wir arbeiten bis 50 Kilometer Luftlinie um Saarburg herum. Das heißt, wir sind auch im Grenzbereich Saarland und Luxemburg tätig. Ich bin Antonio, bin Mauer- und Betonbaumeister, bin seit 20 Jahren bei der Firma WM Bau dabei und wir suchen Poliere für den hohen Tiefbau. Zurzeit beschäftigen wir rund 35 Mitarbeiter. Adrian hat als Quereinsteiger vor sieben Jahren bei uns im Betrieb begonnen zu arbeiten. Hallo, mein Name ist Adrian Ispanesco. Durch interne Schulungen habe ich es zum Polieren geschafft. Hast du Lust bei uns einzusteigen? Dann melde dich. Durch interne Schulungen ist ein Aufstieg vom Facharbeiter zum Polier bei uns jederzeit möglich. Ein Führerschein der Klasse B wäre hilfreich. Wir honorieren überdurchschnittlich und geben im Jahr 30 Tage Urlaub. Wir haben 12 perfekt ausgestattete Lieferwagen, sowie 3 LKWs, 2 Tieflader, 3 Hublader und 8 Bagger, sowie 3 Hochbaukräne. Des Weiteren betreiben wir in unserem Bereich Abriss eine eigene Recyclinganlage. Unsere Geschäftsfelder bestehen aus Abriss, Erdarbeiten und Tiefbau, Hochbau, Außenanlagen, sowie Recyclinganlage und Winterdienst. Wenn du dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann drück auf den Link, beantworte uns die wichtigsten Fragen und ich melde mich bei dir. Bis zum nächsten Mal.